so weiter geht es heute mit dem nächsten christian steht die er hinten ist heute auf geht's wir sollen auf eine liefert ja das war das ficht gute nacht mein freund ist hier schon die bedrohung haben wir geschafft eigentlich wollte ich dich an quatschen kollege wo ist der typ jetzt hin super damals war ein wildes tier getötet eben jetzt ohne weiteres rüber ja ja diesmal nicht diesmal nicht kollege neue regionen ergehen nur unsere nähere dritte oder das nun müssen ihre tritt da bin ich ja oder überhaupt aufgeladen werden länger als nur einen moment meinst du nicht es tut mir leid sonst sind wir zu zweit aber mein sohn kommt nicht mit nach dem anderen das sind ruhig ausruhen ich helfe dir mit der ernte alles war zu jung um auf dem feld zu arbeiten und ich weiß das doch meine arbeit getragen leute 17 so warte mal wo muss man wo muss man hin da erzähl mir von den steuereintreibern sie reiten auf den straßen von zeiss herum meist in den außenbezirken ihr böser meister sefetu lässt sie die bevölkerung vollkommen ausquetschen mal sehen ob ich sie finde und sie überzeugen kann sich zu ändern arbeite du auf dem hof und sie den jungen groß er wird wieder zu kräften kommen wer sich jetzt etwas ausruhen kann die götter segnen super so findet heute den steuereintreiber es heißt also hier da sind sie doch meine freunde habe ich schon gefunden wenn ihr wisst ihr dass ich dafür dass die verstärkung schon unterwegs ist er spricht das sache stich das sache ist gar nicht mal wahrscheinlich danach sei es entdeckt es sind drei leute es ist ja drei leute sind gefühlt sind die zimmern auf den überraschungsangriff es ist ein es ist ein ich bringe dich um es ist ein es Was ist das? Gute Nacht. So. Schon erledigt, oder? Da unten ist er. Den Tod bestätigen. Du wirst keine Steuern mehr. Halt treiben. Und wir haben eine weitere Request. Abgeschlossen. Die heißt Machtmissbrauch. Ihr wisst, was das bedeutet? Das ist zwar eine sehr, sehr kurze Folge, aber leider ist es halt manchmal so. So, was ist denn das hier vorne? Nee, das ist nichts Wichtiges, oder? Okay. Ein weiteres Gebiet, was wir jetzt für uns abgeschlossen haben. Haben wir doch irgendwas, was wir jetzt in der Nähe haben. Nee, ne? Außer der Hauptquests. Da haben wir eigentlich jetzt nichts mehr, oder? Wir haben jetzt, glaube ich, einmal alle neben Quests, die wir so auf der Map hatten. Abgearbeitet. So. Du bist schneller. Du bist schneller. So, Stabilisierungshandschuhe haben wir erhöht. So, gut. Komm, ich gehe mal eine Runde schwimmen. Da, baden. Neue Füße. Baden. Tagelähner, Unternehmer, Wanderer. Sucht nicht hier nach Trost. Macht euch auf den... Du bist Bayek, oder? Mein Meister will unbedingt, dass du diesen Bruder heilst. Es ist wichtig. Okay. Meister? Kenn ich ihn? Sein Name ist Otis. Du kennst ihn nicht. Im Brief wird alles erklärt. Hm. So. Nee, gehst du nicht, weil das eine Mission ist, die Level 35 hat. Das ist, äh, eine Quest, die... So, hier wäre noch eine Nebenquest. Hier ist noch eine Nebenquest, dann hätten wir so, glaube ich, einmal alle. Nee, wir haben noch zwei Mission, zwei Nebenquest. Was haben wir hier für einen? Ich würde den, ja, den, machen wir den, ja, den Geschmack des Iris Stichs. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich hin muss. Ich muss hier hoch irgendwo. Ja, genau. Da hoch muss ich irgendwo. Aber dann haben wir noch eine Möglichkeit, mal dahin zu reisen. Nee, ne? Echt, jetzt muss ich trotzdem da hochlaufen? Aber hier, Schnellreise. Schnellreise nicht verfügbar. Hier wäre eine Schnellreise verfügbar. Also müssen wir tatsächlich jetzt erstmal nach Canopus zurück und dann müssen wir wahrscheinlich zu Fuß weiter. Gut, dann ist es so. Ich würde mich die 3.750 Erfahrungsprojekte gerne einfach mitnehmen, die wir da noch haben. Und wir verabschieden uns jetzt in der nächsten Folge hier. Oder wieso in dieser Folge? Und dann kümmern wir uns um den mysteriösen Mörder. Danke gut. Danke. Danke auch. Untertitelung des ZDF, 2020